Weißt du, was erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet? Erfolgreiche Menschen sind fokussiert. Sie wissen genau, was ihnen wichtig ist. Sie haben ihre Wünsche, ihre Träume und ihre Ziele definiert. Und um diese zu erreichen, starten sie jeden Tag fokussiert in den Tag und zwar mit einer Fokuszeit. Und in dieser Fokuszeit, da arbeiten sie genau daran, an ihren Träumen, ihren Wünschen, ihren Zielen, an den Dingen, die ihnen wichtig sind. Und das solltest auch du tun. Starte auch du jeden Tag mit einer Zeit, die dir wichtig ist, mit der Fokuszeit. Und so erreichst auch du deine Ziele, Träume und Wünsche.